um um an erhält sich das normalen die Und der latscht doch noch rum, ey, ist es. Immerhin sehe ich jetzt mehr in diesem Schrank. Boah, hab ich gar nichts gesehen. Wo latscht du hier rum? Das einzige Problem ist dieser Sound, der immer ab und zu weg geht. Sag nicht, er geht nicht weg. Ich hoffe, er geht weg, das ist echt. Die haben den zweiten Stein aufgehoben. Eerie Red Glow. Okay. Okay, ich hab so das Gefühl, der geht nicht weg. Aber ich hab auch das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen hab, weil da waren noch so viele Türen. Schlüssel hab ich ja... Oh. Leute, ich glaub, der geht nicht weg. Oh, 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 oh. What the fuck? Was soll ich machen? Oha. Oha. Das ist das Übel, Mann. Wo ist der hin? Ich glaub, ich glaub, ich lauf jetzt einfach. Soll ich einfach laufen? Ist das eine gute Idee jetzt? Einfach. Einfach weg. Wo ist der überhaupt? Ich lauf... Oha. Ich lauf einfach. Ich lauf. Lauf schneller. Wo bin ich? What the fuck? Wo bin ich? What? Wow. Wow. Run. Ich bin gelaufen. Und wie ich gelaufen bin. Aber der wollte ja nicht weggehen. Alter. Ich will nicht wieder hier sein. Nee. Und jetzt kommt er nochmal. It's stuck. Oh, halleluja. Wo bin ich hier gelandet? Map. Ey, lass mich hier raus. Wie verdammt soll ich denn jetzt hier rauskommen? Okay. Okay. Ähm. Das scheint wohl ein kleiner Bug zu sein. Ich denke, wir sehen uns gleich mit einem Autosave. Wieder. Woho. Woho. Ich habe mich erschrocken. Haha. 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 So, ich bin wieder back. I'm back. Back again. Ja, ich musste, ähm... Nicht von vorne, aber von der Treppe, vom Keller, muss ich nochmal bis hier her spielen. Das Dumme ist, wenn ich speichern will, muss ich das Spiel auch werden. Das ist jetzt nicht so günstig. Ich muss nicht so brainstormen. It's stuck. It's stuck. Ja, alles ist am Stucken hier. Außer die Tür hier. Wie wir das jetzt regeln? Erstmal kommt der ja gleich wieder hier. Angekrochen. Das wissen wir ja hier und so alles. Oh, da habe ich nur was vergessen zu lesen. Through my vast number of experience, I have finally managed to create a channel created for the... Okay, dann lesen wir es auch noch durch. The key ingredient as I suspected is... Okay, das haben wir ja auch schon. Aber das hier nicht. Most of the components are easy enough to acquire. There are ample stores of the mercury and bromine needed. However, the most difficult ingredient to collect is the blood of a twist. And the full magics that occur through the creatures make the blood most useful for this ritual. They must simply be mixed together and poured upon the altar for the ritual ritual. Keine Ahnung. And the note of couch and caution and the twisted blood will give off a very powerful guy. that when extracted and may cause dissents and hallucinations. Once the mixture is pulled up in the altar, the magic ruins will do the rest. The port will open, but I have not yet found a safe way to enter it. Perhaps I am unworthy. Ja, ihr wisst Bescheid und so, ne? Der Knall war auch schon beim letzten Mal da. Ja, das war schon alles beim letzten Mal da. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt überspringe. Ob ich das überhaupt grad zeige, weiß ich auch nicht, aber... Guck mal, ist mal dicht los, bis er weg ist. Er will gar nicht, sonst weiß ich wieder nicht, wo ich bin. Jetzt ist er erstmal reingekommen. Jetzt geht er seine Runden und geht gleich wieder raus. Aber was mit dem anderen ist... Da bin ich gespannt. Wie wir an dem vorbeikommen. Der Dumme ist ja, ich hab hier wieder nicht gemerkt, wie ich hierher kam. Wie sind wir hierher gelangt? Durch eine Seitentür, weil ich mich nicht erinnere. Irgendeine Seitentür. Was für eine Seitentür da ist? Ähm... Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Der hat die Tür aufgemacht. Kann der Türen aufmachen? Das ist nicht geil, ehrlich gesagt. Was soll ich denn den anderen dann abhängen? Ei, ei. Geh weg. Okay, der ist weg. Denk ich mal. Von da wird der kommen. Einen Moment. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wo wir lang müssen. Hier lang. Da lang. Und dann um die Ecke. Das wird knapp. Das wird sehr knapp. Ich frage mich, ob ich das schaffe. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wo alle nahe war, werde ich jetzt erstmal hier speichern, ey. Das ist doch... Okay. So, erstmal gespeichert. Was passiert jetzt? Jetzt kommt der wieder. Aber der kommt ja auch noch im Dunkeln, das ist das größte Problem. Im Dunkeln weiß ich nicht, wie ich zurückkomme. Oha. Ich laufe einfach gegen ihn an. Komm, komm, komm. 2 gegen 2. 1 gegen 1. Oha. Komm, das ist ein Vorsprung, das ist ein Vorsprung, komm. Komm, komm. Oha, der ist noch hinter mir her. Zack um die Ecke, jetzt komm. Lauf, 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 lauf. Okay, er ist schon weg. Er ist schon weg. Oha, Gott. Ach, du kacke. Oha, so. Ja, ich denke mal, wir haben es jetzt geschafft. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Abduction. Erstmal ein Daumen hoch für den Macher dieses Spiels, dieser Custom-Story. Das ist echt, Mann. Das ist echt unglaublich. Das ist noch der beruhigendste Raum. Okay, Löwe, du kriegst auch noch ein. Ein magisches Ding. Okay, wir haben jetzt den Schlüssel für West Wing. Nee, wenn es noch schlimmer wird, dann... Wo, 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 wo. Da können wir die Treppen nicht gehen. Daniel, du musst üben, die Treppen. West Wing. Und ich habe den Schlüssel noch nicht mal reingesteckt. Und den ich veräppeln will. Ich dachte, ich brauche einen Schlüssel dafür. West Wing. Oh, was wird jetzt passieren? Oh, wieder so laute Knalle und dann kommen wir die letzten Viecher in Anraubs. Nee, Custom-Story. Custom-Stories sind einfach immer noch geil. Besser natürlich sind noch die Hauptspiele. Ich habe mir mal Penuma angeguckt. Hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Einmal gesehen. So. Jetzt habe ich ein massiges Problem. Weil das sieht noch schlimmer aus als die Archive. It's stuck. Ja. Das hört sich nicht gut an. Ich will nicht, dass hier wieder so viele Türen sind. Oh nein. Dann haben wir noch sowas. Mäh, bleib. Was tut ihm hier wieder an? It's stuck to you. Broken lock. Achso, dafür der Schlüssel. Nee. Dann war das vielleicht da hinten, der Schlüssel, oder wie? Könnte das so sein? Irgendwie sowas irgendwie. So. Auch nicht. Na gut. Ihr müsst auch nicht. Ich weiß mal überall schön, nicht? Ich bin heute richtig. Nachdem, was da in der Archive passiert ist, habe ich jetzt Schiss, dass hinter jeder Ecke was kommt. So. Ja. Okay. Kerzen an. Da brauchen wir alle meine Zünderbüchsen auf einmal. Die Lichter bringt's gar nicht voll. Die machen gar nichts. Die löschen überhaupt nicht. Wo zuerst rein? Ich hab das Gefühl, da kommt da ein Monster raus. Gibt es nicht mit Säure oder so? Bäh. Großer, großer Rauch. Oh. Sind das diese Hackeball-Dinger? Oha, das wird cool. Das sind diese Hackeball-Dinger. Oh nein. Das sind bestimmt noch schlimmer, ne? Das sind noch schneller und sehen noch schlimmer aus, denk ich. Ich hab gehört, wir brauchen noch Blut von irgendwem. Habt ihr kein Öl oder so? Habt ihr nicht? Ihr habt gar... Ich hab nie Öl für mich. Ihr seid voll böse. Ja. Ja. Ähm. Jetzt bin ich hier reingekommen, wenn's hier überhaupt nichts gibt. Ich will die Zünderbüchse. Ich will die Zünderbüchse. Sag nicht. Nein. Gang. Nee, ich will hier nicht. Das ist zu übel. Wer ist denn da? Hallo? 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 Vielen Dank.